Es kann losgehen, die Bühne ist gerichtet und vorneweg zu erklären, es gibt nur ganz wenige, die es geschafft haben, durch den Beruf des Ringsprechers berühmt zu werden. Einer, dem das gelungen ist, den haben wir heute hier, um als Ringsprecher erfolgreich zu sein, muss man Präsenz haben, Ausstrahlung, Aura und natürlich eine ganz besondere Stimme. Er hat die ganz Großen der Boxwelt angesagt. Mike Tyson, Lennox Lewis, Ivander Holyfield, Felix Trinidad, um noch einige zu nennen. Er ist vielleicht sogar der beste Ringsprecher, den wir haben. Sein Motto, seinen Satz, den er geprägt hat, ist, it's showtime. Hier ist Jimmy Landon, Junior. Thank you very much, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome by the dominant heaven, willkommen. We welcome you to the official weigh-in for our big night of action coming away, brought to you by Sturm Boxing. Just a few moments, we have the defending champion, we'll make his way, driving in through here, and then we'll bring our fighters to the scale for the main event of the evening, 12 rounds of action in a rematch for the IBF Middleweight Championship of the World. Out of respect, we will wait for the champion to make his way to the stage, and then once again, we will present our boxers in this, our big event, watched around the world, not only in Germany, but around the world, as fighters tuning in for Sturm vs. Solomon 2. O-Ow-Ow-O. Applaus Applaus And here he is ladies and gentlemen making his way to stage Revelling champion, he is the fighter Juro Bravo! Alright ladies and gentlemen, here we go, it's showtime! Time to bring the fighters on to the scale. First we invite the challenger from Melbourne, Australia to the scale. With a record of 43 wins, 11 losses and one no contest. He has 18 wins coming by way of knockout. He'll be making his third attempt at a world title. He is ranked the IVF number one middle wave in the world. Please welcome Sam. Yeah! Woohoo! There is one number. Three wins! Jetzt ist es immer gut hier. Das ist immer gut hier. PENIS, RAPHAGNAL TURN! PENIS, DER 아남, RAPHAGNAL TURN! 72.01, RAPHAGNAL TURN! ARRATCHAPI! 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 Ado is Champion. Die Kirche von der Kirche Hier sind wir, meine Damen und Herren, das ist der 2. Jahrhundert der Wiener Weltraum für den I.D.F. Man-Way-Championship des Weltkrieges, der 5.0, Sam Keane Sonnen. Applaus